Colorlock Lederkleber auf Wasserbasis. Ein Kontaktkleber, der Leder zusammenklebt, Kunstleder zusammenklebt, aber auch Materialmixe zusammenklebt. Er klebt auch Textilien zusammen. Das Schöne ist, wenn er ausgehärtet ist, ist er immer noch flexibel. Es ist ein Kleber, der nicht brethart wird, sondern er bleibt weich und flexibel, so dass man, wenn man es später anfasst oder eben die Flexibilität von Leder haben möchte, die immer noch gewährleistet ist. Man benutzt es auch zum Spannstoffunterkleben oder wo auch immer man in dem Zusammenhang Lederkleber braucht.